Katapult King Level 5, Level 6 bis 10 und wir fangen direkt mal an mit Level 6. Das ist einfach, wir müssen es einfach so machen, so ein bisschen runter. Ich denke, also dieses Let's Zeig, das läuft jetzt ungefähr so jeden Tag über die Bühne. Ich denke, ich werde jeden Tag so 5 Levels ungefähr so schaffen. Ja, wenn nicht, dann halt eben einmal nicht. Dann mache ich am nächsten Tag halt 10 oder in den nächsten 3 Tagen halt 15 oder so. Ich könnte halt dann drauf an, wie ich immer meine Zeit habe und wie lange ich Schule habe und alles. Ja, das war Level 6, Level 7 kommt jetzt. Ja, und ich werde wahrscheinlich in diesem Video mein, also das erste Mal ist ein Intro am Anfang machen und am Ende. Ähm, also ein Intro selbst gemacht ist, dann werden wir das mal sehen, wie euch das so gefällt und vielleicht mache ich dann noch ein Tutorial darüber. Let's make Intros. Ja, das war ein Epic Fail. Hey, was ist ein Epic Fail? Ja, das war auch schon wieder so ein Epic Fail. Ich bin jetzt nicht der Beste da drin, ne? Ja, muss ich nur so sagen. Ähm, ja. Also, ich habe mir das mit dem Let's Play nochmal überlegt und habe gedacht, also wenn mich jetzt keiner anschreibt zum Let's Play, würde ich das auch nicht machen. Weil es würde sich einfach von der Zeit her nicht lohnen. Also, das ist so viel Aufwand zum Let's Play. Ja, das ist halt viel zu viel Aufwand. Das geht halt gar nicht. Ja. Äh, ja. Äh, hohoho. Ich treffe das da hinten gar nicht. Ist mir aber jetzt egal. Ich mach einfach so und bam. So, Magie habt ihr jetzt auch mal gesehen. Dieses Mondstein in Action. Ja, geht weiter. Äh, Level 8 sind wir jetzt gerade dran. Ja. Äh, erkunden kann man, wenn man so da draufklickt, das ist jetzt irgendwie unnötig. Ja. Okay, das ist ziemlich weit. Machen wir mal so mit Erdbeben. Das gefällt mir. Leuk. Lol. Ist ja lustig. So. Ach, leck mich. So ein hässiger Freak ist da übrig geblieben. Guck mal, ob ich vielleicht noch ne Magie hab. Du hast keine Magie mehr. Scheiße. Fiegt voll in die Fresse von dem einen. Genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, genau. Ich habe mich mal getroffen. Juhu, geschafft. Geil. So, das war jetzt. Jetzt sind wir bei Level 9. Level 9, 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 Level 9. Ach, du Scheiße. Äh, ja. Du hast keine Magie mehr. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht auf den App Store zugreifen. Das ist böse. App Store ist böse. Ganz, ganz böse. App Store ist ganz, ganz böse. Mann, das nervt mich jetzt. Das ist auf der Verwendung zum Perfekt nicht möglich. Das finde ich gut. Gut, dann müssen wir es eben mit Hand machen. Wie gut, alte Handarbeit. Dann haben wir den auch mal grad nie fressen. Psch. Hm? Psch. Psch. Volltreffer. Und BÄM. Yeah, alle tot. So. Und Level 10 zum Abschluss. Okay. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. So. Level 10 zum... Ach, du Scheiße. Das hatte ich auch schon mal durchgespielt. BÄM. Touchdown. Vor den Pfeiler weghauen. Jetzt habe ich zwei Versuche dafür. Und... Psch. Ja, alle tot. Gut, das waren die ganzen Level. Ähm, wie immer. Kommentieren. Abonnieren. Klicken. Liken. Positiv bewerten. Und, ähm, bei meinem Freund ProAz99 rein. Schauen, den auch abonnieren. Auch kommentieren. Auch bewerten. Auch leistig klicken. Okay, das war's von mir. Tschüss. Und, ähm, wie immer. Wenn man mehr. Ähm, wie immer. Es ist einfach mal. Da-